Ich habe es schon falsch und er hat wieder angefangen zu pissen. Während den Einstellungen hat es wieder angefangen zu regnen. So, aber Olli müsste eigentlich gleich umgezogen mal da sein. Kann ich nur um Stunden handeln, bis er aus diesem One-Suit rauskommt. Und vor allem musste er die ganze Zeit auf Sollette. Und er konnte nicht, weil er moderieren musste. So, aber wieso muss das wieder anfangen zu regnen? Ist ja Wahnsinn. Vielleicht war das nicht schlecht. Ah, jetzt gleich mal gucken. Vor allem gleich mal was zu trinken holen. Ich habe langsam durch. Ich habe eben schon lecker bei Instagram gepostet. Vom André Mampf. Mich mit meinem Globus-Schwenker. Haben wir direkt noch direkt müssen posten bei Instagram. Weil das ist einfach. Es waren Schwenker für 5,50 Euro. Es waren einfach mal zwei. Es waren zwei Schwenker. Das war Wahnsinn. So. Mal gucken, ob wir nachher. Ich bin mir nachher bestimmt wieder. Und ich habe dir schon mal gesagt, dass ich die Zwieben ebenfalls nicht... Auch nicht mehr Mod-Ansicht. Alles gut wieder. Ich muss mal gucken. Normalerweise dürfen meine Mods auch meinen Titel alles verändern. Also es geht auf... Sollte eigentlich der Mod an sich gehen. Aber gucken wir mal nach, wenn ich wieder zu Hause bin. Und beim nächsten Stream schauen wir das mal. Vor allem... Ich habe es geändert gehabt. Nein, ich weiß nicht. Ja, sowieso nicht. Kennst du es doch, ne? Ich habe den Titel geändert. Beim Stream-Manager. Und wenn ich dann hier geklickt habe auf Live gehen, hat er den mobilen Stream gemacht. Auf jeden Fall. Wir werden den Abend genießen. Es geht ja bis 22 Uhr. Also wir sind noch ein bisschen on Tour. Aber schauen wir mal. Vor allem bis Olli kommt. Amun 26. Und direkt schon neue Fans gefunden. Servus. Hi. Hi Jeff. Hallo. Leichte Technikprobleme gerade. Vor allem der Regen. Vor allem der Stream ausgemacht. Nein. Oh. Das ist ja vor allem der erste IAL-Stream. Sonst eigentlich immer eher Games. Was für Games haben Sie? Essence Creed zum Beispiel. Perfekt für dich. Bin ich spontan wieder bei allen Teilen dran. Ich hatte Valhalla durchgespielt. Und dann habe ich ganz vorne an mir angefangen. Und bin jetzt bei Syndicate dran. Syndicate ist ein geiles Game. Amun 26. Es soll ja bald das neue Assassin's Creed rauskommen. Das Mirage. Freue ich mich schon drauf. Ich auch. Da freue ich mich schon drauf. Es soll ja mit Basim sein. Da freue ich mich weniger drauf. Ich mag den Charakter nicht. Nicht nach Valhalla. Ich habe noch nicht durchgespielt. Ich weiß nur. Okay. Ich muss noch zwei. Ich muss noch zu Winchester. Servus. Ich muss noch zu Winchester. Wer ist noch im Chat? Im Chat habe ich immer noch Federkrieger und Aglaia ist noch da. Und mal gucken wir noch als Stars. Gleich wahrscheinlich wir. Also ja. Einwandfrei. Immer gern. Heidringstee, das bin ich. Heidringstee. Heidringstee. Ich hoffe doch nur, dass er das nicht aussprechen kann. Alles gut. Schmaler. So, was haben wir hier? Hältst du dich für gar nicht? Ich sage, wer ist direkt gegrüßt. Leicht geworbene neue Follower. Mega, ja, nice, ne? Ja, ja. Servus. Halt, chat. Halt, chat. Okay, schön. Alles auch noch. Viel Spaß auf der Fahrag. Adios. Ciao. Ciao. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? So muss das laufen. So nice. So, Mist. Ich glaube, Olli ist wirklich auch in der Toilette eingefallen. Zielmarke für heute Abend. 25 neue, 25 neue. Oh, sag mal so, ich habe zwei Powerbanks dabei. Ich habe zwei Powerbanks dabei, für das Handy zu laden. Was ich hoffe, dass ich lange streamen kann. Und man es lange aussieht. Mal, wer weiß, wie das mit dem Wetter, mit dem Lichtverhältnis näher funktioniert. Ziel-Elements ist langsam. Dachte, dass ich jetzt erst online bin. Sehr Wahnsinn. Bei mir hat man da auch noch Stream-Elements hat es sauer auf dem Schlauch gestanden. Ja, es ist ja Wahnsinn momentan. So, jetzt habe ich mal in den Regentropfen mein Handy gerade wieder Zeitstöre. Und mein Bruder anrufen will auf einmal. So wie gerade eben. Egal, ich gehe in den Plan. Genau, ich gehe direkt nebenan live on Stream. An's Telephone. Ist auch mal was Neues. So, aber wir gehen gleich mal definitiv weiter. Weil ihr wollt ja was sehen, ne? Und ich will noch ein bisschen shoppen. Aber es ist drei... Oh, da sind aber auch schon die Kostüme. Wir haben einmal hinten Garfield und Odin. Gehen wir mal rum. Vielleicht hinten da hinten sind Odin und Garfield. Mach mal die Situation aus. Das stört einen. Boah, da muss ich gerade mal gucken. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Na. Das sind mich essen. Nicht Vibration, ich will ausmachen. Vielen Dank.